Pisa ist eine Stadt in Italien, gelegen in der Toskana nahe der Mündung des Arno in die Ligurische See. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war es zudem ein Stadtstaat. Pisa ist Hauptstadt der Provinz Pisa und hat 88.627 Einwohner. Wahrzeichen ist der als Schieferturm von Pisa bekannte Kampanile. Neben der Universität Pisa haben auch die Scuola Normale Superiore und die Scuola Superiore Santana Elite Hochschulen des italienischen Staates ihren Sitz in Pisa. Die Atmosphäre und Lebendigkeit der Stadt wird von ca. 40.000 Studenten, die fast die Hälfte der Bewohner Pisas ausmachen, geprägt. Auf der anderen Seite führt dies dazu, dass die Stadt wenn der Juni-Bettrieb ruht wie ausgestorben wirkt, da der größte Teil der Studenten keine ständigen Pisaner sind. Das Stadtzentrum erstreckt sich über vier historische Stadtviertel, vom Bahnhof im Süden bis zur Piazza dei Miracoli mit dem Schiefenturm im Norden. Mittelpunkt der historischen Viertel San Martino, Santa Maria, San Francesco und San Antonio ist der Pont Edimezzo, die zentrale Arno-Brücke. Da sich die meisten Touristen nicht weit vom Schiefenturm entfernen, findet man in Pisa eine der Städte der Toskana, die recht ursprünglich und echt geblieben sind. Entfernt man sich nur wenige hundert Meter vom Turm sieht man verwinkelte Gassen, Bars und die typischen im Pisaner gelb gestrichenen Häuser, die den ehemaligen Reichtum der Stadt noch erahnen lassen. Geschichte Hauptartikel Hauptartikel Im Mittelalter war Pisa eine der vier Seefahrerrepubliken Italiens. Zudem stand die Stadt in Konkurrenz mit den toskanischen Nachbarrepubliken Luca, Florenz und Siena. Schließlich verlor die Republik Pisa 1406 ihre Unabhängigkeit an Florenz. In dieser Zeit hat sich das Pisanische eine besondere Stadtsprache entwickelt, die bis heute gesprochen wird und die auch über eine noch lebendige Schreibtradition verfügt. Bekannt wurde Pisa auch durch das Konzil von Pisa im Jahre 1409, dass durch die Wahl Alexander V. und dessen Nachfolger Johannes XXIII. versuchte das abendländische Schisma zu beenden. Es jedoch nur verschlimmerte, sodass es plötzlich drei Päpste, einen in Rom, einen in Avignon und eben einen in Pisa zugleich gab. Berühmte Söhne der Stadt waren Galileo Galilei, nachdem der Flughafen von Pisa benannt ist und Fibonacci, einer der bedeutendsten Mathematiker des Mittelalters. Sehenswürdigkeiten Der schiefe Turm von Pisa Dom Santa Maria Assunta Baptisterium Campo Santo Monumentale Santa Maria della Spina San Paolo Ari Padeano Santo Sepolcro Piazza dei Cavalieri Ältester botanischer Garten der Welt Museen Hier werden Uar Das Museum enthält eine reiche Sammlung pisanisch-toskanischer Kunst vom 12. bis zum 17. Jahrhundert, darunter ein Polyptichon von Simone Martini, Pisana Skulptur vom 12. 14. Jahrhundert, illuminierte Handschriften vom 12. 14. Jahrhundert, sowie eine umfangreiche Sammlung antiker, pisaner und orientalistischer Keramik. Der teils mit originalen Möbeln eingerichtete Palaz Oberherberg, die Sammlung der Casa di Respamio, Pisa, einen Schwerpunkt der Sammlung bildet die toskanische Malerei des 14. Jahrhunderts, wie Tadeo di Batolo, Francesco Nerida Volterra, Agnologa di und Cecco di Pietro. Gezeigt werden außerdem Bilder von Orazio Gentileschi und dessen Tochter Artemisia, Porträts der Rontioni-Familie von Jean-Baptiste des Marais, Palmi Robadotti, Giovanni Battista Tempesti, Pietro Benvenuti und Luigi Giolli. In der Skulpturensammlung befinden Uar, Darstellungen von Christus als Schmerzensmann von Nino di Andrea Pisano und von Benedetto Bujoni. Die Grafiksammlung umfasst Objekte vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, darunter Veduten von Pisa, ein Museum zur Geschichte der Informatik und elektronischen Datenverarbeitung. Zu sehen sind auch antike Rechenmaschinen und Werkzeuge früher Wissenschaftler, wie Ranuccio Bianchi Bandinelli Museum am Ausgrabungsplatz römischer Schiffe. Ausgegraben wurden Teile der antiken etruskisch-römischen Hafenanlagen, ca. 30 Schiffe aus dem 3. J. V. CHR bis zum 7. J. N. CHR, teils mit Ladung, In der Umgebung Basilica San Piro a Grado, siehe auch, Liste von Sakralbauten in Pisa Schieferturm von Pisa neben dem Dom, Campo Santo Monumentale, Baptisterium am Dom zu Pisa, Anometoratorium Santa Maria della Spina, Botanischer Garten, Taufkirche, Dom Schieferturm von Pisa, Klimadiagramm von Pisa, Mediendatei abspielen Impressionen 2003, Wichtige Feste, bereits seit Ende des 14. Jahrhunderts ist belegt, dass am letzten Sonntag im Juni das Gioco del Ponte, Deco del Ponte gefeiert wird. Hierbei versuchen besonders starke Männer der Viertel nördlich des Arno, Satiri und Calci, einen 7 Tonnen schweren Wagen über den Pont er die Mezzo auf die südliche Hälfte zu schieben. Die südlichen Stadtviertel des Mezzo Giorno, Leoni und Dragoni versuchen dieses zu verhindern und den Wagen in den Norden zu befördern. Dem Stadtteiligen San Ranieri, dessen Überreste im Dom aufbewahrt werden, sind gleich zwei Feste gewidmet. Am 16. Juni, dem Vorabend des Tages von San Ranieri, findet jedes Jahr die Luminara statt. Alle elektrischen Lichter entlang des Arnos werden gelöscht, und tausende von Kerzen in und um die Fenster sowie in großen Gestellen tauchen den Arno und die umgebenden Promenaden in ein zauberhaftes Licht. Am 17. Juni findet die Regatta di San Ranieri statt. Alle Stadtviertel San Martino und San Antonio, San Francesco und Santa Maria senden je ein Ruderteam aus, das auf der zwei Kilometer langen Strecke mit Ziel im Stadtzentrum versucht, die anderen hinter sich zu lassen. Verkehr Im April 2008 zum Bürgermeister gewählt D. Compostela, Spanien Griechenland Rodos Griechenland Italien Söhne und Töchter der Stadt Im Ort geboren Girolamo Arnaldi, Historiker und Hochschullehrer Michele Bartoli, Radrennfahrer Sergio Bertoni, Fußballspieler und Trainer Alessandro Birindelli, Fußballspieler Bona von Pisa, katholische Augustina Terziarin und Mystic M Filippo Buonarroti, Politiker und Publizist Eugenio Carlo, Partisan, dem die Goldmedaille für militärischen Heldenmut verliehen wurde Giorgio Cilini, Fußballspieler Giovanni Pisano, Goldschmied Erzgießer, Bildhauer und Architekt Juan Contaras, spanischer General Ulisse Denis, Mathematiker Gian Battista Donati, Astronom Eugen III, Papst Leonardo Fibonacci, Mathematiker Galileo Galilei, Philosoph, Mathematiker, Physiker und Astronom Alessio Galletti, Radrennfahrer Giovanni Galli, Fußballspieler Tiberio Guaente, Fußballspieler Fabio Lyon, Sänger Tommaso Maestrelli, Fußballspieler und Trainer Pironelli, Dokumentarfilmer und Filmregisseur Antonio Pacinotti, Physiker Leonardo Pinizotto, Radrennfahrer Bruno Pondekorvo, Physiker Mirko Pugliuli, Radrennfahrer Raffaele Carlo Cardinal Rossi, Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche Titarofo, Opernsänger Rastik Helo da Pisa, Verfasser von Ritterromanen und Co-Autor der Reiseberichte des Marco Polo Salvatore Sanzo, Floret Fechter Gene Desperati, Briefmarkenfälscher Cinez Espinisi, Fußballspieler Marco Storari, Fußballspieler Uiman, Schauspieler Im Ort verstorben Siegfried Kappa, tschechischer Schriftsteller, Übersetzer und Arzt jüdischer Herkunft Giuseppe Marsini, italienischer Patriot und politischer Denker Ortsteile, Marina di Pisa, Tirenia, Calambrone, Barbaricina, Rigione, Oratvao, Putignano, San Piroagrado, Coltano, San Tiamid Droge Daesh Daesh Daesh